Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Part 9 des OMSI Deter Tutorials. Ja, wir machen heute wie versprochen die Testfahrt. Und wir sehen hier gerade wie der KI-Bus hier angerollt kommt und die Menschen reinlässt. Ja, ich wollte euch diesen Ausschnitt nur ganz kurz mal zeigen. Und wir warten noch ganz kurz bis der wegfährt und dann mache ich einen kleinen Cut und dann fahren wir die Route selber mal. Mit Fahrplan natürlich. Ja, wir sehen uns dann gleich nach dem Cut wieder. Ciao. So, da bin ich wieder. Ja, wir stehen hier jetzt gerade am Postamt. Und wir haben noch genau 0,4 Minuten und deswegen fahren wir jetzt auch gleich mal vor und lassen die Leute rein. Ich mache noch ganz kurz das Licht im Bus an. So. Es ist nämlich noch 6 Uhr morgens. Und die ganzen Leute wollen irgendwo hin. Ja. Ähm, wie versprochen werde ich diese Map auch zum Download anbieten. Ich werde einfach den Download-Link unter dieses Video posten. Und dann könnt ihr euch diese schöne Map runterladen. Hallo. Äh, schöne Mappen. Naja, ist ja nur eine Test-Map. Auf jeden Fall hat alles gut geklappt. Ich hoffe euch, ihr versteht die Sachen. Und ja, falls ihr noch weitere Fragen habt oder irgendwelche Tutorial-Wünsche, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben und wir sind wieder viel zu spät. Bisschen wenig Zeit eingeplant. Naja. 0,5 Minuten zu spät. Passiert. Und die ganzen Autos warten auf mich. Dankeschön. Ne, eigentlich warten sie nicht auf mich, aber... Gut. Die nächste Heizstelle ist da. Stadthalle. Und da möchte jemand aussteigen, wie wir sehen können. Und dort im Hintergrund sieht man schon das Rad aus. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Im Bus wird jetzt angesteigt. Ja, der Stadt. Stadthalle. Und hier kommt die Kurve. Bisschen bremsen. Ja. Und genau das... Genau das ist so schlecht hier. Deswegen habe ich auch hier mehr Zeit eingeplant. Und deswegen fahre ich jetzt einfach mal eiskalt über den Bürgersteck. Ist ja nicht im Let's Play Omsi. Das Ganze werde ich auf jeden Fall nochmal vor dem Download ändern. Aber ich möchte ja nicht, dass wir hier zu spät ankommen auf unserer eigenen Map noch. So, wir sind nämlich jetzt wieder pünktlich. Alles schick. Guten Morgen. Hallo. Und dann können wir auch gleich weiterfahren. Wenn die Apfel grün wird natürlich. So. Also wie ihr sehen könnt, hier wird jetzt auch angezeigt, wann der Bus kommt. Der fährt alle 10 Minuten. Und an der anderen Haltestelle wird es auch angezeigt. Alle 9 Minuten. Ne, alle 10 Minuten. So. So. Und dann drängen wir uns jetzt mal vor. Soll man ja nicht machen, aber... Ich darf das. Ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja auch nochmal bei meinem Let's Play Omsi vorbeischauen. Und bei meinen vielen anderen Projekten, wie Citizen Motion 2 und Minecraft mache ich auch noch ein paar Sachen. Also schaut ruhig auf meinem Kanal mal vorbei. Würde mich freuen. Ja. Und der muss warten wegen dem Fußgänger. Mal Radhaus anzeigen lassen, dass wir jetzt da sind. Und hier, das habe ich ein bisschen eng eingeplant, die Haltestelle. Ist ein bisschen schwierig dort anzuhalten. Aber... Passt schon. Muss ja nicht alles so genau sein, ne? Ja, der Fahrplan, alles okay. Und ich würde sagen, weil es so schön war, spule ich noch ganz kurz die Zeit vor, wenn alle ausgestiegen sind. Und dann fahren wir noch eine Runde zurück. Genau, sieben Minuten. Ist einfach 0,9. 30. Genau. Eine Minute haben wir noch. Aber ich fahre trotzdem nach vorne und lasse sie schon mal rein. So. Hereinspaziert. Und da können wir uns ja nochmal schnell die ganze Map angucken, wenn keiner ein Ticket haben möchte. Ja. Ich finde sie ist ganz gelungen. Dafür, dass wir nur so wenig Zeit dafür investiert haben. Also ich habe die Map in, ich weiß gar nicht, 15 Minuten ungefähr komplett nachgebaut. Also das dürfte auch für euch zu schaffen sein. Ja, und dann fahren wir jetzt einfach mal weiter Richtung Postamt. Und die nächste Haltestelle ist wieder Stadthalle. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Oh. Da war der Bordstein im Weg. Ja. Ja. Mehr schlechte Fahrkünste gibt es natürlich im Let's Play-Omsen. Wie schon gesagt. Gibt zwar bis jetzt erst zwei Folgen, aber ich denke, wenn ihr das anguckt, dann gibt es wahrscheinlich schon ein paar mehr. Wunder. Einmal 2,70. Einmal 2,70. Danke. Ah. Einmal Tageskarte. So. Immer her damit. Bisschen Geld verdienen hier. Und dann auf zur letzten Haltestelle. Hui. Und da wird die Ampel auch schon grün. Und diesmal bitte nicht den Bordstein. Genau. Und dort oben ist schon die Sonne. Zu sehen. Und der andere Kollege hier steht schön im Stau. Der weiß wohl nicht, dass man über einen Bordstein fahren darf. Naja, ich werde es, wie gesagt, nochmal ändern, damit dort nicht so viele Autos rumstehen. Dann kommt man doch ein wenig schneller durch. Und mit Höchstgeschwindigkeit ans Ziel, Postamt. Hui. Wunderschön gekonnt um die Kurve hier. Und dann lassen wir die Typis hier aussteigen. Und dann beende ich diese Tutorial-Serie für jetzt. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder auch im Ormsi-Forum. Im Showroom. Dort habe ich auch nochmal alle Links hier gepostet. Ja. Hat mir gefallen. Und über ein Like oder Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann hoffentlich sehen wir uns noch in anderen Videos wieder. Zum Beispiel im Let's Play Omzi. Let's Play Citizen Motion 2. Und vielen weiteren Projekten auf meinem Kanal. Und bis dann. Tschüss.